300.000 Abonnenten, Freunde. Das ist so krass, dass wir das erreicht haben. Und als kleines Dankeschön und Special werde ich heute 30 Fragen von euch beantworten. Das wird länger als üblich, deswegen heute ein normales YouTube-Video und hier ein Counter, damit ihr sehen könnt, dass es wirklich 30 Fragen sind. Okay, let's go, Freunde. Charok, liebst du Halloween? Nein, Freunde, ich feier kein Halloween. Ich mach da gar nichts. Ich hab geträumt, dass ich dich in echt gesehen habe. Like bitte, damit er es sieht. Yo, das ist lustig. Schreib mal gerne in die Kommentare, wie ich in deinem Traum aussah. Das wär lustig. Yoshi hat mich gegessen. Oh, hey, das würde ich nie tun. Welchen Nintendo-Charakter mag Todd am liebsten, außer sich selbst? Hey, das ist doch klar. Yoshi! Bibel ist süßer als jedes Tier auf der Welt. Was? Findest du ernsthaft Bibel süßer als den hier? Freunde, schreib mal in die Kommentare, wer süßer ist. Vorsicht, am Ende war ein Jumpscare. Oh Mann, sorry, vorhin am Ende eines Videos gab es ein Bibel-Jumpscare. Mal sehen, ob es heute auch einen Jumpscare geben wird. Wer weiß. Charok, schenk uns dein Herz. Yo, was? Also ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Das wär cool. Es wäre krass, wenn du Kageyama synchronisieren würdest. Ey, Danko, ein paar Mal hab ich schon ein Fan-Up von Kageyama aufgenommen. Das eine hat sogar fast eine Million Aufrufe. Das war eine sehr gute Entscheidung für dich, Videos zu machen. Danko, das freut mich sehr, dass ihr meine Videos anschaut. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Können die Kommentare mal Charok beantworten? Was? Du willst nicht, dass Charok die Kommentare beantwortet, sondern du willst, dass die Kommentare Charok beantworten? Wie soll das gehen? Nein. Rauchen sollte verboten werden. Yo, da bin ich ganz deiner Meinung. Was ist dein Lieblings-Skin aus Fortnite? Meiner ist Midas. Yo, meiner ganz klar das Schwarze Ritter. Todd paniert oder nicht? Was? Du willst Todd essen? Hey, das ist ehrenlos. Ich liebe deine Videos, Charok. Das ist alles, was mir im Leben was bedeutet. Yo, Lisa, das ist extrem lieb von dir. Das freut mich so sehr, dass du meine Videos so sehr magst. Wirklich, danke. Ich verzichte drauf, meinen Traum zu erzählen. Ist besser für alle. Yo, Int-Boy, jetzt will jeder das wissen, was du geträumt hast. Eine Frage. Bist du ein Anime oder so? Nein. Kaufst du dir Spider-Man 2? Ja, auf jeden Fall. Das neue Spider-Man-Spiel wird so cool. Am 20. Oktober kommt es raus und ich werde sofort anfangen, ein Let's Play davon zu machen. Auf YouTube werde ich jeden Tag eine Let's Play-Folge aufnehmen. Also schaut unbedingt vorbei von. Das würde mich sehr, sehr freuen. Du bist doch der, der letztens immer nur Nein gesagt hat. Äh... Nein! Was ist mit Synchro1412? Habt Geduld, Freunde. Ich arbeite gerade an das Video und keine Sorge, es wird noch kommen, okay? Es ist ein bisschen ungewohnt für mich, ein normales YouTube-Video zu machen. Aber ja, ich arbeite dran. Betest du auch? Ja, ich mache Alhamdulillah jeden Tag immer alle meine fünf Gebete. Kennst du Miraculous? Ja, ich habe es zwar noch nie geschaut, aber ich kenne es vom Sehen her und ich habe euch ja versprochen, mal eine Cat Noir-Synchro zu machen. Das muss ich auf jeden Fall noch tun. Ich habe mich nie getraut zu schreiben und jetzt habe ich was geschrieben. Jo, das freut mich. Und siehst du, jetzt bist du sogar in meinem 300.000-Abonnenten-Special dabei. Ich glaube, das Schaug mich zu 100 Trilliarden 90% nicht ins Video nimmt, aber es wäre cool. Bitte. Jo, siehst du, so unwahrscheinlich ist es auch wieder nicht, in mein Video zu kommen. So schön, deine Synchros sind so gut. Vielen Dank, Freunde. Ihr motiviert mich so sehr und ich muss auf jeden Fall mal öfter wieder Synchros aufnehmen. Werde ich auf jeden Fall wieder tun, Freunde. Kannst du auch Mädchenstimme machen? Nein! Todd ist 3 Zentimeter. Jo, 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 erzähl dir keine Lügen. Lass doch Todd seine 40 Zentimeter. Zumindest die, lass ihn doch die einfach, okay? Hey, Todd, ich liebe dich. Hey, danke, das freut mich. Warte, hast du eine Freundin? Nein, Freunde, habe ich nicht. Hab's schon wieder verpasst. Freunde, ihr wisst doch, ich bin jeden Tag live und falls ihr ihn verpassen solltet, man kann immer die Wiederholung anschauen auf YouTube und aktiviert einfach die Glocke. Dann solltet ihr ihn nicht mehr verpassen. Und die letzte Frage für heute. Ich habe geträumt, ich habe Todd geküsst. Äh, was? Okay, Freunde, kommen wir jetzt zum Geschenk. Und das Geschenk ist 300.000 Kekse. Also ein Keks für jeden Einzelnen von euch. Oh Mann, das war aufwendig. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, von euch schreibt einen Kommentar rein. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und ja, Freunde, nochmal vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch, Freunde. Ohne euch wäre ich nicht hier, wo ich gerade bin. Und ich hoffe, wir werden noch vieles, vieles gemeinsam erreichen. Passt auf euch auf, Freunde. Trinkt immer genug Wasser. Bleibt gesund und gute Besserung an jeden, der krank ist. Ja, Freunde, habt noch einen schönen Tag, okay? Bye, meine Freunde.